Ja, mal so eine Upside-Reaction zu Seven vs. Wild. Ich habe das natürlich als Amazon-Prime-Kunde schon längst gesehen. Ich warte jetzt nur noch auf die Folge zu Joey Kelly. Und es war eine schöne Staffel. Und ich fand auch, dass so Leute wie Papa Platte und Trimax ganz stark dort gehandelt haben. Das fand ich schon krass. Ich muss aber eins sagen. Ich glaube, der eine heißt der Huber. Ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt. Mit Knossi. Wie ist der mit Vornamen? Sascha Huber. Genau. Ich musste immer wieder vorspulen. Die beiden gingen mir so auf den Sack. Die waren ja so wie, als ob jemand die ganze Zeit Traumzucker gegessen hat. In diesem Hey-Bär-Huber. Es hat mich so getriggert. Was? Die waren die besten? Ich konnte es nicht. Ich musste immer wieder vorspulen. Ich fand, dass Papa Platte und die Mädels, also der Affe auf Bike und Trimax fand ich am stärksten. Die waren auch alle sympathisch. Aber ich konnte mir Knossi nicht geben und die Sascha Huber. Das ist so, ich kenne viele da nicht. Wie war das mit Trimax und Rumatra? Die beiden, die waren richtig sympathisch. auch dieser trockenen Humor von Trimax, den fand ich auch stark. Aber Sascha Huber und Knossi, das war, ist anstrengend. Einfach nur anstrengend laut. Und es ging einfach nicht. Die Mädels, ich fand die nicht anstrengend, die Mädels. Aber egal, wir schauen mal rein. Rauswurfdrama Knossi, da bin ich jetzt mal gespannt. Da sitzt er. So ein Kühlschrank finde ich auch nice. Ich will auch einen Red Bull Kühlschrank. Was hat denn? Sowas, warum habe ich mir eigentlich sowas nicht geholt? Einen aufblasbaren Schneemann. Ach ja. Einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands und so ein richtiges, eigentlich kein richtiges Streamingstudio. Ich fand diese Staffel gut. Hast du eigentlich schon das Muscheldrama von Seven vs. Wild bekommen? Ja. Marsha guckt, ich musste gestern eine halbe Stunde nach meinem Stream im Wohnzimmer verbringen, weil Marsha Seven vs. Wild geguckt hat und ich nicht gespoilert werden durfte. Deswegen wurde ich dem Schlafzimmer verbannt. Und als ich wiederkam, hat sie gesagt, sie ist jetzt fertig. Dann haben wir ein Basti Video geguckt. Musst du sie dann mitgucken. Mir ist egal. Sie hat mir immer gesagt, sie hat keinen Bock drauf. Ist egal, wir haben es geguckt. Und währenddessen hat sie, also Marsha hat nach jeder Seven vs. Wild Folge immer den Reddit gecheckt. Und da ist es ja ganz, ganz groß so mäßig sollten Knossi und Sascha disqualifiziert werden oder so. Wegen den Muscheln. Lieber Kevin, ich wünsche allen im Chat frohe Weihnachten und ein gesundes Muster. Diese Staffel Seven vs. Wild war eine F***show. Holy S***. Danke für alle deine Streams und dass es dich gibt. Warum? Ich weiß nicht, ob das ist, was Wilbur gerade meinte, aber soweit ich verstanden habe, haben die auf diese Leute quasi abgecampt und die dann halt gefragt, ob die Muscheln halt giftig sind. Dazu muss man wissen, also dort ist wohl so eine Algenpest. Und diese Alge erzeugt richtig krasses Gift. Also wirklich so direkt ins Grab Gift. So auch Giftgas. Red Tide oder wie das Zeug heißt, das suche ich mal raus. Rettide Rote Flut und das Zeug ist halt, das ist halt wirklich scheißgefährlich. Scheißgefährlich. Und Knossi hat eine Muschel gegessen, die so rötlich war und man sollte keine Muscheln essen. Es wurde dann irgendwie einzelnen Leuten gesagt und dann hatten die doch Panik, weil das halt lebensgefährlich ist und haben dann an diesen Briefkasten gekämmt, wo die Karten zweimal die Woche oder so abgegeben werden, die Aufnahmen. Zokomotive, Dankeschön. Dafür, also ich sehe da keinen Ansatz für disqualifizieren. Klar, Kontakt und so ist ähnlich wie bei diesem Erste-Hilfe-Kasten, wenn man den rausholt. Aber nein, da bist du nicht, nein, also ich finde, wenn es um Leben und Tod geht, warum sollte man raus sein? Muss man sagen, ja dann stirb, stirb, dann wirst du nicht disqualifiziert. Wie ekelhaft. Dann hat man das Spiel nicht verstanden. Also Menschen, die der Auffassung sind, dass man dann raus ist, die sollen das nicht, sollen sich das nicht anschauen. Wenn jemand sich daran befriedigt, dass jemand stirbt, und sagt, ja dann muss er seinen Mann stehen, dann stirbt er, so wirklich in dem Stil. Das ist primitiv. Ich finde das absolut richtig. Ich hätte auch per, also wäre ich dort, wäre ich dort Teilnehmer, hätte ich per Funk angefragt oder wirklich Ranger gefragt. Ich finde das vollkommen richtig. Das ist, genau, es ist immer, es ist immer noch ein Spiel, es ist eine Show und wenn man bei so etwas berechtigte Angst hat, es ist ja, es ist ja nicht einfach etwas Komfortmäßiges. es ist eine berechtigte Angst. Genau, wir sind hier nicht bei Tribute von Panem. Wären sie, muss ich persönlich sagen, wären sie deswegen disqualifiziert worden, wäre ein Shitstorm gegen die Show das einzig Richtige. Dann dürfte man das nie wieder veranstalten. Es gibt keine Punkte, Punktabzug gibt es nicht. Entweder schafft man es, oder man schafft es nicht. Und wäre dort eine Disqualifikation ausgesprochen worden, muss ich sagen, dann wäre diese Show es nicht wert. Dann müssten auch die Veranstalter von allem zurücktreten. Dann müsste man sie auch ächten dafür. Und da gibt es andere, die haben sich dann entschieden, hier schreibt doch jemand rein, hier Fritz Meinecke und so, weil sie kein Trinkwasser gefunden haben. Die hatten einen beschissenen Spot, ich habe das ja auch auf Google Earth mir angesehen. Dann bricht man ab, das ist das einzig Vernünftige. Und ja, und Muscheln speichern halt dieses Gift, da hast du konzentriert, das ist, als ob du hier Zion Kali zu dir nimmst. Ja. Ja, schauen wir mal rein, was er so sagt. Weil die halt nicht wussten, ob das halt Red Tie gibt oder nicht. So, das ist halt das irgendwie, das hat Knossi irgendwie in einem Stream gesagt oder so und das ist jetzt Big Drama. Aber ich sage euch ehrlich, ich sage euch ehrlich, ey, ich sage euch ehrlich, diese Orga war so chaotisch und sch***. Versteht ihr, was ich meine? Es war ja jetzt nicht so, dass wir, weil guck mal, ich weiß nicht, wie ihr euch so ein Briefing vorstellt. Ich habe mir das in den letzten Staffeln immer so vorgestellt. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das ist schlecht organisiert. Man muss die Leute, dann muss man das bei der nächsten Staffel überdenken. Wenn dort solche Gefahren sind, dann muss man die Leute richtig vorbereiten. Das war ja auch kein ungefährliches Gebiet. Also da sind Wölfe und Bären. Wölfe sind noch nicht mal das Problem. Die verpissen sich meistens, weil es da genug zu fressen gibt. Aber ein Bär ist scheißgefährlich. Das ist einfach scheißgefährlich, das Vieh. Kann ein Bär eigentlich schwimmen? Kannst du übers Meer abhauen? Keine Ahnung. Dass man so früh aufwacht, dann weiß man so, okay, wir frühstücken jetzt und dann ist so fünf, sechs Stunden ist so Briefing und man kriegt so Okay, Bären schwimmen. Bist du also gearscht? Können Bären schnell schwimmen? Schneller als ein Mensch? Gut, schneller als Knollssi bestimmt. Diese Tiere existieren, diese Früchte existieren, so in meinem Kopf war das so eine Powerpoint. Okay, sie sind gute schwimmen. Das ist was. Ich weiß gar nicht, wo du hin musst. Deswegen haben sie das Bärenspray gehabt. Also, Real Talk, würde ich bei sowas mitmachen und nicht sehen Bären. Der rote Knopf ist sowas von schnell gedrückt. Erst wird dieses Vieh eingesprüht und dann verpisse ich mich dahin, wo das Vieh mich am wenigsten sieht, um da schnell abgeholt zu werden. Leute sagen, oh, süß Teddybär. Das ist diese Viecher, ja genau, die sind einfach zu OP. Die sind einfach viel zu OP. Das ist, als ob du ohne Rüstung gegen den Endertrachen kämpfst. Um jetzt mal in Minecraft-Dimensionen zu sprechen. Genau. Du hast ein Holzschwert und kämpfst gegen den Endertrachen. Ripp. So eine PowerPoint-Präsentation, so ein bisschen wie Schulunterricht. You know? Check here. Und jemand macht so mit so einer PowerPoint und so einem Laserpointer und führt so durch. You know? Oder das war alles nicht. Das gab es nicht. Also, wir haben von Einheimischen erklärt bekommen, diese Beere kannst du essen und mit dieser Pflanze kannst du deinen Arsch abwischen. Real Talk, das war's. Real Talk, das war's. Alles zur Natur. Dann Wölfe existieren, Beeren existieren. Cool. Beeren-Spray wurde uns nur auf Nachfrage zehn Minuten gezeigt, bevor wir ausgesetzt wurden. Ey, der teilt ja richtig aus, Alter. Aber, wenn das so war, ist die Kritik absolut berechtigt. Also, hat er vollkommen recht. Und, und, und dann haben wir halt noch gelernt, wie wir so einen Arm abbinden, falls jemand irgendwie sich hier Hauptschlagader aufschneidet oder so. Das war's. Verblutet. Alles so. Ne? Also, ich meine, das mit dem... Also, mal ganz ehrlich, wenn man... Das ist ein Bärengebiet. Das sind Bären. Und man wird nicht trainiert, wie man auf das Vieh reagiert. dann noch lieber Seven vs. Finanzamt mit Upper Red. Ja, aber es gibt natürlich Leute, schau, jemand wie Papa Platte oder ein Trimax oder Romatra. Das sind ja alles kleine Leute, die mit der Natur sich befassen. Klar, man kann sagen, man sollte selbst... Also, sagen wir mal, ich würde bei sowas mitmachen, ich gehe in einen Crashkurs. Also, je nachdem, in welches Gebiet, ich gehe in einen Crashkurs vorher. Ich lasse mich so krass ausbilden über Wochen. Also, auch überleben draußen. Genau, hinlegen, totstellen. Das war in Kanada. Das ist also... Abbinden vom Arm, ich glaube, das Allerwichtigste so, aber ist trotzdem der Rest ja auch wichtig gewesen, verstehe ich, wie ich meine. Und ich finde, bei so einer unfassbar chaotischen Vorbereitung, und das hat man wirklich gemerkt, auch wenn man noch nicht vorher dabei gewesen ist, und Sascha und Knossi waren ja schon vorher dabei, finde ich es mehr als legit, bei so einer Frage nachzufragen. Weil, Bro, am Ende des Tages, keiner von uns ist wirklich da, um 100% nur dieses Survival-Ding zu machen, sondern es geht hauptsächlich, vor allen Dingen für die Nicht-Survival-Youtuber, aber auch für die Survival-Youtuber, ums Entertainment. Und nicht darum, dass da wirklich jemand drauf geht, Bro, you know? Ja, das ist ja, aber das scheint offensichtlich, also, was ist denn das für eine Einstellung, das sind da, was? So macht das auch keinen Spaß, also vor diesem Hintergrund, muss ich sagen, ich habe das jetzt durchgeschaut, hätte ich das vorher gewusst, in dem Moment schaue ich mir sowas dann einfach nicht an, weil das einfach nicht cool ist. Das ist einfach nicht cool. Niemand möchte, dass da ein Trimax zerfleischt wird. Boah, jetzt haben wir einen YouTuber weniger, was ist denn das? Das ist doch ein Spaß. Das ist doch Survival, das ist, also. Krass. Das finde ich, das finde ich krass. Das ist, da muss die Orga auch noch reagieren. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Finde ich legit krass. Seitdem ich dich schaue, selbstständig und habe seitdem viel durchgemacht. Aber. Seit fünf Jahren habe ich jeden Tag geschafft und kann heute sagen, ich kann meine ganze Familie für immer ernähren, du warst ein Teil. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, was nicht so cool ist an der ganzen Sache, ist nicht irgendwie das von Knosti und Sascha, sondern das alles dann so geheim gehalten wird, you know? Und so, das ist alles so secret und dann Leute exposen das dann so in ihrer Reaction, aber das ist dann auch so, man will das dann auch irgendwie sagen, weil die Leute fragen einen dann so, warum ist das und das passiert und man weiß so, naja, also deshalb halt, aber man will dann nicht die Zuschauer anlügen, you know? Und so. Ja. Ja, keine Ahnung, vielleicht kommt es ja noch im Behind-the-Scenes, ja, maybe. Maybe, so wie mit dem Gaskocher, der auch im Behind-the-Scenes kam. Was, Gaskocher, glaube ich noch, da war jedes Team. Was? Okay. Du, ich fände das übrigens nicht problematisch. Das ist auch kein, also klar, man sagt erstmal Beschiss, aber es geht ja hier, es sind zwei, also das ist schon trotzdem hart. Die wollten erst alle, ich finde das aber auch richtig eigentlich, dass man so ein Basispaket bei sowas dann mitbekommt. Du bist zwei Wochen in der Wildnis, das ist es halt. Das haben die Teilnehmer abgelehnt. Halt dich für einen Fehler. Ist mir auch egal. ich meine, das ist ja, wie er sagt, das ist Entertainment. Wir reden hier nicht von, wirklich über Lebenskampf. Das ist auch kein Camping. Das ist immer noch kein Camping. Das ist richtig hart. Du musst Wasser filtern. Also ich finde, solche Dinge, das ist wichtig, und das hat mir gefehlt, das habe ich nicht verstanden. und das müsste jedes, ich finde das, so macht das sonst keinen wirklichen Spaß. Jedes, jedes Team bräuchte Wasserfilter. Ich finde Wasserfilter ist noch wichtiger als so ein Kocher. Den Kocher kannst du ablehnen, aber ich finde Wasserfilter sollte jeder ausreichend haben. Es gibt diese Tabletten und sowas. Ja, Notlösung ist auch nicht besonders gesund, aber so, dass jeder zum Beispiel so einen Katadyn-Wasserfilter hat, und Kohletabletten, das finde ich einfach richtig. Ist einfach richtig. Nimmst du, da gibt es wunderbare Dinger von Katadyn und damit hast du, kannst du dich konzentrieren auf etwas aufzubauen. Weil sonst sieht man ja, brecht ein Team ab, weil es kein Wasser hat. Hätte jeder mit, ja, aber dann, ich finde das ist Basis. Ich finde nicht, dass es eine Option ist, sondern es ist Pflicht. Aber ich muss euch sagen, ich muss euch sagen, ich enjoy dieses ganze Drama drumherum fast schon mehr, als die eigentliche Staffel. Ist schon ganz geil. Ich finde so, Drama drumherum ist schon ganz lustig. Könntest du maybe noch die erste Donobahn, hast du das glaube ich vergessen? Der Typ, der vorgestern auf Arbeit gejagert hat. Irgendwer hat es rausbekommen und meinen Chef damit konfrontiert. Chef droht mir jetzt mit der Kündigung mit sieben Tage Kündigungsfrist. Bro, was soll ich machen? Bin noch in Ausbildung. Bro, bitte, bitte, sag mir. Das ist ein ver***ter Gag. Das muss ein Gag sein. Bro, er hat gestern donated, okay, Chad, und meinte, und meinte, dass er auf Arbeit gejigst hat und so lange weg war, dass er es nicht argumentieren konnte und dann einfach gesagt hat, dass er krank ist und dann kam der Krankenwagen und er hat das donated. Bro, es muss fake sein. Bitte sag mir, es ist fake. Bruder, das ist ja kranke. Das muss fake sein. Auf der anderen Seite ist die Story so f***ing dumm, auf der anderen Seite ist die Story so f***ing dumm, dass sie echt ist. Check dir, was ich meine. Manchmal sind donations so hohl, dass sie echt sein müssen. Du glaubst doch alles. Bro, Wir hatten schon viele Sachen, okay? Wir hatten schon viele Sachen. Wir hatten einen Typen, Bruder, der angeblich... Ich bin mit Abstand, stell dich fest, der am ordentlichsten gekleidete Streamer. ...ein Loch hatte in seinem Keller, wo Geräusche herkamen und jetzt darf er auf einmal nicht mehr drüber reden. Die Teams, die wegen Weißabgebrochen hatten, kein Süßwasser. Das stimmt, Agent JB. Finde ich auch nicht richtig, dass man Leute an einem Spot aussetzt, wo sie keine Chance auf Süßwasser haben. Die Polizei war bei ihm zu Hause. You know? So, es gab wirklich viele Sachen, Bro, und es gab auch viele Sachen, die Confirmed Reel waren. Zum Beispiel, was man auch erst mal nicht glauben würde, eine Donated, hey, ich stehe vor dem Club und habe keine Jeans an, in, weiß ich nicht, Bongohausen oder so, kann einer rumkommen und mir eine Jeans am Eibring. Ja, dann würde man ja auch im ersten Moment denken, okay, es ist ein Joke, aber Bro, ihr versteht nicht, ich mache das seit zehn Jahren und wie oft ich, wie oft ich am Ende des Tages so ein Bild bekommen hat, wo dann der Beweis war. Bruder, zwei Stunden später, es kam ein Bild, die beiden stehen mit Papa-Platte-Merch vor diesem Club-Bro und der Typ hat eine Jeans an. Versteht ihr, was ich meine? Feier ich. Bin ich stark. Es ist kein Gescheiße, Mann. Es ist kein Gescheiße. Es ist kein Gescheiße, Mann. Aber bei ihm würde es ja auch helfen, mit so Donations, die werden ja auch hier wirklich auch vorgelesen, mit einer riesigen Reichweite. Das ist ja nicht wie bei mir. Ich habe 834 wunderbare Zuschauer. Bei Papa-Platte sind es einfach 30.000. Das ist dann schon ein Unterschied. Da hat man auch in jedem Dörfchen einen Zuschauer. Danke für den Zabro, IC, Laker und Johnny. Bruder, ihr versteht nicht, ihr versteht nicht, was wir für eine kranke Ansammlung einen vollen Sch*** in diesem Channel haben. Alright? Das ist kranke Sch***. Ey, apropos kranke Sch***, ich habe kranke Sch*** geträumt diese Nacht. Bruder, ich habe geträumt, dass ich in so einem oldschool griechischen Miniaturschwimmbad war, was so mehrere Etagen hatte, wo immer so eine Wendeltreppe runterging. Okay? Und nur oben war Wasser. Und da habe ich so mit meinen Dres gechillt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich erkunde jetzt den Weg weiter. Und dann habe ich gesehen, dass alles unten so vollgemüllt war. Und ich bin auswesend hingefallen und hatte dann in meinem linken oberen, also in meinem Oberschenkel links, hatte ich eine Spritze drinne mit so einer Nadel, Digga. Und ich musste das dann rausziehen und es kam so Blut rausgespritzt. Okay? Und dann bin ich so, ich bin halt, ich lag so auf dem Boden und dann wollte ich mich so umdrehen und so mich hoch... An der Seite kann kein Blut aus dem Oberschenkel spritzen, weil die Hauptschlagader innerhalb des Oberschenkels verläuft. Das weiß ich natürlich, weil ich mir öfters Vitamin B12 und Folsäure in den Muskeln im Oberschenkel injiziert habe. Drücken oder so und bin quasi mit meinem rechten unteren Bein bin ich so in den Müll reingedreht und hatte 20 Nadeln... Aber das ist ja ein Traum bei ihm. Im Traum ist alles möglich. Ich habe mich... Wisst ihr, wie genau ich mich informiert habe, wo die Hauptschlagader langläuft? Das ist hier der Oberschenkel. Das kann ich doch direkt hier... Wollen wir doch mal... Hey! Ach! Hier hin! Das ist wunderbar. Da kann man injizieren. Huchu! Genau, aber am Innenschenkel... Hier ist die Hauptschlagader. Wo kann ich das... Wo ist denn das am besten? Ne, da kann man es auch nicht. Muss ich nochmal zeigen. Das sieht aber dann falsch aus. Innenseite. Da nicht reinspritzen. Kann daneben gehen. Das kann daneben gehen. Nichts in den Innenschenkel spritzen. So im oberen... Im oberen Drittel... Direkt im Beginn des oberen Drittels, des Oberschenkels, an der Außenseite... Da bist du relativ gut da, wo du den Muskel ertasten kannst. Rein in den Muskel. Ich habe es erst in Bobbes reingeschossen, an die Seite in die Wange. Nicht Wange, in den Backen. Arschbacken. Wange ist ja hier. Aber... Das ist zu kompliziert. Ja, ich weiß. Vitamin B12 nicht, aber ich habe ja Vitamin B12, B3 und Folsäure. Subkutan geht. Hast du recht. Ich habe auch Vitamin B12 Subkutan gespritzt. Dafür habe ich mir kleinere... Oh, der rübelt gleich wieder. Reva, danke schön. Deswegen habe ich mir kleinere Spritzen geholt, weil ich auch... Ich habe dann später nicht dieses Gesamtpaket bekommen, sondern ich habe nur noch so... Ampullen mit Vitamin B12 und habe das dann mit so dünnen Spritzen aufgezogen und habe das dann Subkutan... Also unter die Haut gespritzt. Nicht mehr in den Muskeln. Muss ich mal wieder machen. Mache wieder so eine Kur. So eine B12-Kur. Weiter. ...drinne, Bro, also so Spritzen. 20 Spritzen und hier auch noch eine drinnen. Und als ich aufgewacht bin, hat sich das noch so angefühlt, als hätte ich diese... Du kannst auch in die Bauchdecke kannst du auch Subkutan spritzen. Hier habe ich ausreichend Bauchfett. Also als hätte ich die gerade frisch rausgemacht aus meinen Beinen. Digga, das war so reulig. What the fuck? Also das war wirklich Top 10 reulige Streams. Äh, reulige... Reulige Streams. Ja, das auch. Reulige Träume, die ich hatte bis jetzt. Digga, what the fuck, Alter. Das ist kranke Scheiße, Mann. Kranke Scheiße. Und ich habe noch irgendwas geträumt, aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber, ja... Ich frage mich, was die Scheiße zu bedeuten hat. Ich habe noch unfassbar krasse Angst vor, äh, vor Nadeln. Ich habe eine Nadel- und Spritzenangst. Also ich würde jetzt nicht sagen, sie ist... Ich würde nicht sagen, es ist eine Phobie. Also wenn es halt gemacht werden muss, mache ich es halt. Aber ich scheiß mir jedes Mal in die Hose, Digga. Ich habe mehr Angst vor Narkosen. Also nicht mal vor der Nark... Es geht gar nicht um die Narkose selber. Es geht nur um den Park, wo die mir diese Spritze hier reinmachen oder so. Oder wenn die mein Zahnfleisch oder so, wenn die da mit dem Ding reingehen und das betäuben. Ich denke, ich denke, ich denke, jedes Mal so, oh mein Gott, f***. Und dann ist es so, und das tut so, man denkt sich so, oh mein Gott. Darüber hast du dir jetzt eine halbe Stunde in die Hose eingeschissen. Ja, außer triffst du einen Nerv, da hast du ein Problem. Ich vertaste auch immer erst ab, wo kann man gut rein. Aber jedes f***ing Mal, Bro, jedes f***ing Mal, Bro, sitze ich wieder da und denke mir so, gleich ist es so weit. Aber ich impfe mich auch selbst. Ich habe mir Grippe selbst gegeben. Ich habe mir hier gegen Borreliose, hier wegen Zecken, das habe ich mir selbst gespritzt. Da war ich doch am, als ich Grippeimpfung hatte, war ich beim Arzt und er sieht dann diese Impfung. Wer hat denn die gemacht? Wer hat denn da unterschrieben? Sag ich. Haben Sie das selbst gemacht? Ja, habe ich es selbst gemacht, aber ich habe nur zwei. Mir fehlt die dritte noch. Oh, dann machen wir das im Frühjahr. Wo haben Sie die Grippeimpfung das letzte Mal gemacht? Das habe ich auch gemacht. Auch mein Name. war nur hoch hinter geschrieben. Ich habe einfach keinen Bock gehabt. Hatte mir ein Rezept geholt, hat mir eine Grippeimpfung geholt und selbst reingehauen. Warum tut man das? Weil ich mich selbst impfen kann. Hier FSME, wie heißt das Zeug hier? FSME. Frühsommer, Meningitis, FSME-Impfung. Musst du dreimal machen. Ich habe aber nur zwei und dann habe ich das dritte habe ich vergessen abzuholen und das mache ich dann. Ja, kannst du auch selbst machen. Also ich habe die letzten beiden Grippeimpfungen habe ich selbst gemacht und die FSME-Impfungen habe ich auch selbst gemacht. Die fanden das, also der Arzt fand es witzig. Er dachte auch nur, was ist das für ein Typ? Aber am Schluss hilft dir das, wenn du ein bisschen trainiert bist, im Härtefall, musst du vielleicht dir irgendwann selbst was injizieren. Gut, ich kann mir nicht selbst einen Zugang legen. Das habe ich noch nicht trainiert. Das würde ich gerne mal trainieren, wie ich mir selbst für intravenöse Injektionen so einen Zugang legen kann für einen Tropf zum Beispiel. Das muss man erstmal hinkriegen. Das wäre stark, wenn ich das hinkriegen würde. Mir schön selbst so eine Infusion geben mit dem wichtigsten Zeug. Ich mache so einen Zink rein mit dem INC und B12. Und Apotheker müssen dafür Kurse machen, um impfen zu dürfen. Ja, es ist ja eine eingewilligte Körperverletzung. Aber es ist ja nicht verboten, dass ich mich selbst impfe. Es ist nur irgendwo halt strange. Ja, aber jemanden anderen zu impfen, also normalerweise brauchst du jemanden, so Krankenschwester und so, die sind halt in sowas gut. Es ist halt eine Einwilligung in eine Körperverletzung. Weil die, genau, die impfen dann andere. Also sowas wie Corona zum Beispiel. Das würde ich mir nicht selbst impfen, weil man da auch mal 40 Stunden warten muss wegen Impfreaktion. Also wirklich krasse Impfreaktion. Das gibt es halt auch. Aber so andere Sachen, so eine Grippeimpfung, easy peasy. Überhaupt kein Problem. Wie ich das bekomme? Ich hole mir einfach ein Rezept. Ich brauche ja eh ein Rezept. Ich bin ja Privatpatient. Ich hole mir ein Rezept vom Arzt. Ich muss eh das, den Grippe... Das war ja auch so. Bei dem, ich habe einen Termin gehabt und dann hieß es ja, Kassenpatienten kriegen das direkt. Sie brauchen ein Rezept. Rezept geholt. Dann habe ich das bei der Apotheke in der Hand gehabt und dachte mir, ach scheiß doch drauf. Ich fahre jetzt direkt nach Hause. Ich habe keinen Bock drauf. Da wird es wieder eine halbe Stunde im Wartezimmer zu sitzen. Also hier schön Darmenspiegel hier habe ich schön desinfiziert, Viroga draufgekippt. Also da lebt dann auch gar nichts mehr. Musst du so 30 Sekunden warten. Dann ist es schön desinfiziert. Das ist das Wichtigste, dass du die Einstichstelle desinfizierst. Rein damit, raus damit, abgedrückt, Pflaster drauf, fertig ist die Kiste. So, schon mal weiter. Ja, am krassesten war es, als mein Ohr operiert wurde. Da wusste ich ja schon so zwei, drei Stunden, okay, gleich ist es soweit und so. Und dann liegst du da so, ich weiß nicht, ich hatte Zelf auch schon mal eine OP, die meisten von euch oder manche von euch. Und dann liegst du da so, Bro, in deinem Kittel, Junge, und wirst dann so mit diesem Bett reingeschoben und du weißt, okay, gleich schieben die die diese Spritze rein. Aber eigentlich ist es topo-chillig, aber ja, und ich glaube, damit hängt es zusammen oder so. I don't know. Aber ja, kein Plan. Vielleicht hat der Traum mit deinem Arzttermin zu tun? Ja, vielleicht. Bro, meine Freundin schon sechs Monate vor der Spritze ins Hemd für 30 Sekunden und danach sagt sie, wow, dafür mache ich mir Kopf. Ja, immer so. Immer so, immer so. Also sechs Monate vorher finde ich auch wild. Ich bin der Klassische, mir ist egal, was ich machen muss, egal, bis 15 Minuten vorher, dann habe ich den heftigsten Durchfall meines Lebens und dann mache ich die Sache, auf die ich quasi hingefiebert habe. Das ist der klassische, das ist der klassische Ablauf, den ich, den ich habe hier, oder? Hast auch MRK geträumt, dass dich Manuelsen in dein Wohnzimmer in den Aasch gebeten hat? Was ist denn das? Also gut, damit beende ich die Reaction darauf. Das ist jetzt dieser Blick. Hä? Was ist denn das für ein Müll? So, diese Community ist auch besonders von Papa Platte. Auf jeden Fall habe ich ja auch meine Meinung jetzt dazu gesagt. Ich finde, das ist schon richtig, dass Knossi und Sascha Huber da nachgefragt haben. Das ist, wir reden hier nicht wirklich ein Überlebenskampf. Ja. Aber interessant, was jetzt noch alles rauskommt. Mal schauen, wie dann die nächste Staffel aussieht. Vielleicht wird die, mich können Sie gerne fragen. Gab es jemals so alte Menschen? Opa versus Wild? Aber, aber bitte was Warmes. Ich mag keine Kälte. Irgendwas Warmes. Und keine Schlangen. Das ist, ich hasse Schlangen. Vergiss es. Also, wenn da Schlangen sind, tschüss. Amazonas, genau. Amazonas ist irgendwie alles, ist genauso wie Australien. Genau, Seven versus Wild aus Australia. Zack, tot. Bist du, bist du direkt an einem Aussetzpunkt gelandet, wirst du direkt gebissen. Fertig. Thema beendet. Küsten-Taipan oder so ein Mistvieh. Und danach kommt noch irgendeine braunen Spinne und beißt dir auch noch mal in den Arsch. Genau. Seven versus Wild Gaza. Na gut. One Andação Oketok Dogugaijingangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang